Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode, heute mit einem echten Special. Denn ich freue mich euch hier und jetzt ein ganz besonderes Weihnachtsspecial ankündigen zu dürfen, mit dem man, wie ich finde, perfekt die Feiertage ein- oder auch ausklingen lassen kann. Und vielleicht die Zeit zwischen den Jahren zu nutzen, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und ein wenig Kunst zu genießen. Die Sopranistin Milena Georgieva hat für uns einige sehr schöne Lieder aufgenommen, die ich euch hier als exklusives Konzert im Markenrebell-Podcast präsentieren darf. Milena ist eine spannende Persönlichkeit mit einer wahnsinnigen Stimme und wird übrigens auch Anfang nächsten Jahres hier bei mir im Interview sein, worauf ich mich schon jetzt sehr freue. Ich wünsche euch eine besinnliche Zeit, nur das Beste, bleibt rebellisch und gute Unterhaltung jetzt mit den berührenden Liedern von Milena Georgieva. Let's go, let's go. 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 Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased a lot. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the mind of all, the major lift, the baffled king composing. Alleluia, 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 Alleluia. Well, your fate was strong, but you needed proof. You saw his bathing on the roof, his beauty and the moonlight overthrew you. He tied you to a kitchen chair, he broke your throne and he cut your hair, and from your lips he drew the Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 All Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia Hirten wachen im Feld Nacht ist rings auf der Welt Ach, sind die Hirten alleine im Heine Die Hirten alleine im Heine Und ein Engel so licht Grüßet die Hirten und spricht Grüßt, das heil alle Frauen ist kommen Das heil alle Frauen ist kommen Engel singen um hier Gott im Himmel sei hier Und in Menschen in Erde sei Frieden Den Menschen in Erde sei Frieden Eilen die Hirten fort Eilen zum Heilgen Ort Bete an dem Windlein Das Kindlein Glitte an dem Windlein Das Kindlein Das Kindlein Ein Haag und wiegt ihr Jesus Kind Und die Blätter leise Weht der warme Sommerwind Zu ihren Füßen Singt ein buntes Fälle ein Schlafként leise SchlafESле Schlafmohne an Holt ist dein Lächeln Holt ist dein Lächeln Holt er deine Schlummelsust Untertitelung des ZDF, 2020 Schlaf, Luhnein O seelige Nacht in himmlischer Pracht Erscheint auf der Weide ein Bote der Freude Ein Bote der Freude Im Hirten, die Nächte der Herde gefacht Wie tröstlich erspricht O fürchtet euch nicht O fürchtet euch nicht Ihr fahret verloren Heute ist euch geboren Heute ist euch geboren Ihr Heiland Ihr Heiland Wie das Leben verspricht Wie das Leben verspricht Wie das Leben verspricht Afea Dominus Dominus Wie das Leben verspricht 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 Wie das Leben verspricht